Hey, was hörst du da? Mein Lieblingslied. Hör mal. Oh, das muss ich gleich in meiner Playlist speichern. Hä? Das gibt's bei mir gar nicht. Wo hörst du das? Bei Amazon Music Unlimited. Kennst du das nicht? Was? Nee, kenn ich nicht. Oh krass, klicke unbedingt auf den Link in meinem Profil. Da kannst du dann Amazon Music Unlimited 30 Tage kostenlos testen. Oha, cool. Außerdem hast du unbegrenzten Zugang zu 90 Millionen Songs. Und du kannst die Songs offline hören, mit unbegrenztem Überspringen und ohne Werbung. Mega, danke. Da melde ich mich gleich mal an. Aber kann ich meine Musik weiterhören? Nee, 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 nee.